Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet und euch vor allen Dingen sehr lange darauf warten lassen. Denn heute gibt es einen Großteil des neuen Rivalde Loops Drogerie Sortiments Herbst Winter 2022. Ich habe die Produkte seit Wochen schon hier und ich bin einfach nicht dazu gekommen, dieses Video zu drehen. Ein Produkt habt ihr schon gesehen, ein Produkt davon habt ihr sogar schon nachgekauft und seid genauso begeistert wie ich. Und deswegen bin ich optimistisch, dass das ein richtig, richtig gutes Make-up heute wird. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und fleißig meine Videos schaut. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich sehe heute aus, als würde ich gleich zur Bank gehen. Das Einzige, wo ich gleich hingehen werde, ist putzen. Aber ich dachte mir, es macht Sonntag viel mehr Spaß, wenn man sich hübsch macht, um dann die Wohnung oder das Haus aufzuräumen, als wenn man, so wie ich, die letzten vier Tage rumgelaufen bin. Deswegen, hi, Freunde. Ein Produkt, wie gesagt, habt ihr schon gesehen. Das war das Kollagen-Make-up. Ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Das ist ein Produkt, was ich tatsache sehr, 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 sehr gerne in den letzten Wochen auch benutzt habe. Und vielen von euch hat das auch sehr gut gefallen. Gerade ist mir aufgefallen, dass es, wenn ihr eine etwas reifere Haut schnappt, bei euch sehr, sehr gut funktioniert hat. Bei mir hat es auch sehr gut funktioniert. Die benutzen wir natürlich heute auch wieder. Aber wir haben viele neue Produkte, die sehr Skincare-lastig sind. Also Make-up und Skincare ist jetzt auch wirklich bei einer der günstigsten Make-up-Brands hier in Deutschland angekommen. Rival de Loup, Rival Loves Me gehören ja mehr oder weniger zusammen. Es sind tatsächlich aber unterschiedliche Teams. Und ich würde vorschlagen, wir starten erst mal mit Skincare-Tatsache. Und da habe ich hier ein 10% Niacinamid Perfecta Vitamin B3 Drop. Das ist für Regeneration, Porenverfeinernd. Fältchen werden optisch gemildert. Kann man wirklich als Skincare benutzen, aber auch als Make-up-Unterlage steht drauf. Wobei ich jetzt, glaube ich, sage, ich swatch es nochmal, weil das ist 10% Niacinamid schon sehr hoch konzentriert, muss ich sagen. Wir nehmen mal nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Es ist so eine milchige Textur und ich gebe mir das mal ganz leicht hier in den T-Zone-Bereich. Niacinamid funktioniert immer ganz gut, wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt. Deswegen gebe ich das jetzt auch nur hier in den T-Zone-Bereich, weil ich eigentlich ja ein recht glowy Make-up haben möchte. Was ich sofort merke ist, es fühlt sich sehr weich an auf der Haut. Also es rutscht, hat auch einen leichten Duft, nämlich wahr. Es rutscht so schön über die Haut und ist auch sofort weggezogen. Ich sehe jetzt natürlich noch keinen direkten Effekt auf der Haut. Es fühlt sich aber sehr gut an und ich muss sagen, es sieht extrem hochwertig aus. Das ist eine Glasflasche mit einer Glaspiepette. 30 Milliliter sind hier mit drin. Das werde ich mir definitiv auch nochmal anschauen, wenn ich jetzt kein Make-up tragen möchte. Wir haben nämlich noch so viele andere Produkte und irgendwann, wenn man zu viele verschiedene Sachen im Gesicht hat, dann kann es sein, dass andere Produkte wieder nicht funktionieren. Mir ist es neulich bei einem Video aufgefallen, aber auch erst im Schnitt, dass sich hier so ein Würstchen gebildet hat mit meiner Foundation. Da hat sich also meine Foundation nicht mit der Skincare und dem Primer und dem Highlighter vertragen und irgendwann war es ein Würstchen. Und oft ist es ein Zeichen davon, dass entweder die Inhaltsstoffe unterschiedlich sind oder dass es einfach zu viel war. Deswegen sollte das reichen. Es ist jetzt aber schön eingezogen und die Haut sieht tatsächlich immer noch recht glatt aus. Was wir noch haben, ist einen neuen Primer, den Anti-Red Correction and Pore Refining Primer mit Hyaluron und Reißstärke. Der passt sich angeblich der Haut an, Skin Adapting, Moisturizing, mattiert die Haut, während Hyaluronsäure Feuchtigkeit spendet. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Oh ja, der ist tatsächlich auch grün, deswegen gebe ich ihn mir jetzt auch mal ganz, ganz leicht nur hier in den T-Zone-Bereich. Das Schöne bei diesen grünen Primern ist, wenn sie nicht zu intensiv sind, dass sie Color Correction gemacht haben. Da war Color Correction gerade sehr im Trend. Und ich habe erst alle Farben benutzt. Grün, Rot, Lila, Gelb und habe dann Foundation rübergegeben. Und am Ende des Tages hast du eigentlich nur noch bunte Flecken im Gesicht gesehen. Hier ist es ein ganz, ganz zarter Hauch, der wirklich optisch ein bisschen das Rot korrigiert hat. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt, weil sonst, wenn die Rötung im Laufe des Tages weggeht, scheint grün durch. Aber auch der fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich hatte ein bisschen Angst bei Reißstärke, weil ich mit Reißstärke in Make-up immer so ein paar Probleme hatte. Aber die Kombination aus Hyaluronsäure, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, hat Tatsache die Haut sehr, sehr glatt gemacht. Also nicht wie so ein Pore Blurring Primer, der so Benefit, den Pore Fashion, den kennen wir alle, deswegen vergleiche ich damit immer. Sondern weicher. Die Poren sehen tatsächlich optisch auch wirklich etwas verkleinert aus. Und das Rot ist mini, minimal korrigiert. Natürlich werdet ihr damit kein Rosazea abdecken können. Aber es gibt so eine Grundfarbe, sodass ihr dann weniger Foundation braucht. Es gab ein Produkt, was ich auch schon auf den Augen habe. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier. Das ist ein Brow Styler Gel. 24 Stunden extremer Halt. Kommt mit so einem riesengroßen Bürstchen. Es riecht, als würde es die Augenbrauen fixieren. Was ich mit solchen Sachen immer gerne mache. Und dafür kann ich es euch auch empfehlen, um Babyhärchen zu korrigieren. Augenbrauen hat super funktioniert. Ihr seht es, sie sind richtig schön nach oben gebürstet. Und es trocknet dann auch an, ohne diese weißen Fäden zu machen. Das mag ich tatsächlich gar nicht. Deswegen ist das eine wirklich gute Sache. Hält sehr, sehr lange. Und man kann es wirklich für die kleinen Härchen, die so ein bisschen fliegen, sehr gut benutzen. Also das ist tatsächlich jetzt schon eine Empfehlung. Das hatte ich auch schon hier liegen, weil ich es einfach schon ein paar Mal benutzt habe. Ein Produkt, unter dem ich mir nicht viel vorstellen kann, ist das Illuminating Face Oil. 2 in 1 Glow & Care. Ein pflegendes Face Oil mit Kokosöl und Pro-Vitamin B5 verleiht Ihrer Morgenroutine Glanz. Verwenden Sie das Produkt im ganzen Gesicht für ein gleichmäßiges Hautbild oder tragen Sie es zur Betonung auf die Wangenknochen, dem Nasenrücken oder den Braunbogen auf. Für eine gepflegte und strahlende Erscheinung. Das ist ziemlich, ziemlich spannend. Ich weiß, dass viele von euch aus der... Es gab neulich eine Limited Edition, ich glaube von Rival Lousine, ich weiß es nicht mehr. Auch mit so einem Skin Adapting Primer, der hat vielen von euch sehr, sehr gut gefallen. Das probieren wir aus. Auch dieses Produkt kommt in einem Glasflakon mit einer Pipette. Und ich nehme mir jetzt erstmal ein bisschen was raus. Ich kann mir darunter, wie gesagt, gar nichts vorstellen. So sieht das Ganze auf meinem Handrücken aus. Es hat so eine leicht bronzefarbene Farbe. Es riecht auch ganz, 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 ganz leicht. Und ich tupfe mir das jetzt einmal hier erstmal so ein bisschen auf meine Base oder auf meine Haut. Aber auf der Stirn könnt ihr es besser erkennen. Ich habe den Eindruck, dass es durch diese leichte Färbung ein bisschen die Haut ausgleicht. Der Duft ist toll. Also das kann Rival Lousine sehr, 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 sehr gut düfte. Das ist auf Ölbasis. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig und nehme wirklich nur eine kleine Schicht. Ich nehme ja auch jetzt einen Pinsel und arbeite mir das erstmal hier so ein bisschen ein, um zu schauen, wie die Haut aussieht. Also der Geruch ist tatsächlich wahrnehmbar. Jetzt, wo ich ihn wirklich auch im Gesicht habe, merke ich ihn. Ich finde ihn aber sehr, sehr schön und es hinterlässt ein Glow. Also das ist halt so ein typischer Glowy. Ja, ich würde schon fast sagen, das ist ein Highlighter, den man benutzen kann. Ich weiß es nicht. Irgendwie mag ich es gerade. Wir machen jetzt mal die Foundation drauf und schauen, wie sich das Ganze verhält. Wenn es schief geht, ist es mein Problem, weil Öl und Wasser verträgt sich nicht so gut. Deswegen lassen wir das Ganze kurz mal so ein bisschen einziehen. In der Zwischenzeit benutze ich hier dieses Schätzchen, das Kollagen-Make-up. Ein phänomenal gutes Make-up. Es ist sehr, sehr leicht. Es hat aber trotzdem eine gute Deckkraft. Und es sieht auf der Haut ganz besonders aus. Ich verlinke euch mal das Video hier in der Ecke. Dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Wie gesagt, auch Farbe ist hier nicht so dolle. Ich nehme jetzt die drei und fange erst mal ganz leicht an, die Foundation hier einzublenden. Ihr seht sofort, die Deckkraft ist mittelwürdig, würde ich sagen, aber trotzdem ausreichend. Wenn man gut mit Color Correction und Primer gearbeitet hat, dann ist das ein sehr, sehr leichtes Produkt. Was ich mir vorstellen kann, dass es für viele von euch im Alltag ganz gut funktioniert, weil es einfach nicht so intens ist. Ja, okay. Es ist das eingetreten, was ich gedacht habe. Der Primer funktioniert nicht mit der Foundation. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das nimmt sich ab. Das war zu erwarten Tatsache, dass das Öl einfach die Foundation wegnimmt. Bei solchen Primern empfehle ich euch auch immer eine Foundation, die nicht auf Wasserbasis ist. Deswegen mache ich das einmal kurz ab, mache meine Base und bin gleich wieder da. Ich habe jetzt Tatsache nochmal das Niacinamide-Produkt benutzt als Primer und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich weiß nicht, was los war. Ich habe mich mit dem Abschminktuch jetzt gerade mal abgeschminkt, weil ich keinen Bock hatte, jetzt aufzustehen und hochzugehen. Hat gut funktioniert und jetzt sieht das Ganze auch sehr, sehr schön aus. Also wie gesagt, ich glaube, dass man das einfach so benutzen kann. Das ist halt wie dieses Maybelline Foundation Oil. Ich bin nicht so ein großer Freund von Öl in Make-up drin, was mit den meisten Foundations, die auf Wasserbasis sind. Egal. Mit dem Niacinamide-Primer hat das sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ich blende einmal ganz flink den Concealer aus, den wir mit verschiedenen Puder, die ich gerne mit euch testen wollen würde. Und zwar haben wir ein Baking- und Setting-Puder. Ultraleichtes, loses Puder, das mattiert, verfeinert das Hautbild und perfektioniert den Tar. Es gibt aber auch noch einen Revalde-Loop-Undereye-Powler mit Q10. Das gab es so auch schon mal in der Limited Edition vor bestimmt zwei Jahren. Gibt es jetzt auch hier in der Full-Size-Größe im Standardsortiment. Deswegen starten wir mal mit diesem hier. Kommt in so einem klassischen Döschen und hat dann in der Mitte so ein Siphon drin. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm hier einmal lang und würde erstmal mit einer ganz leichten Schicht und dem Microfiber Multi-Tool Mini hier reingehen, weil das sehr, sehr hell ist. Ich arbeite das auch erst in meiner Hand und dann direkt unter die Augen. Damit würde ich persönlich jetzt auch nicht Baking, weil es einfach sehr weiß ist. Ihr könnt es so ein bisschen punktuell auftragen. Es mattiert sofort und hinterlässt jetzt nicht so einen krassen weißen Schleier wie gedacht. Uh, sehr, 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 sehr glatt. Also wenn ihm das aus der AE gefallen hat, ich kann mich da leider nicht mehr so dran erinnern, für den könnte das was sein. Wir haben noch das andere. Da bin ich gespannt, weil wenn da drauf steht Baking Powder, sollte ich damit baken. Das hat keinen Siphon, also kein Stoff-Dings, sondern einfach nur so ein paar Löcher. Ich gebe mir ein bisschen was raus. Und ihr erkennt, es hat auch eine leichte Farbe. Also es ist so ein helles Beige, würde ich sagen. Ich gehe auch hier nochmal unter meinen Augen lang. Und damit können wir baken. Ich mache es auch hier wieder so. Ich nehme das Microfiber Multi-Tool Mini und drehe es einmal um. Gehe erst rein, leicht, um das schon mal so ein bisschen anzutrocknen und dann mit einer Baking-Schicht runter. Es ist sehr dunkel und hat Farbe, gibt der Haut dadurch natürlich aber auch nochmal ein bisschen Deckkraft. Also ich glaube, ihr seht den Unterschied. Wenn ihr dunkler seid als ich, könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Wenn ihr heller seid als ich, auf gar keinen Fall, weil es dann viel zu dunkel ist. Ist aber bei mir, das ist schon ein bisschen dunkel, ne? Ich glaube, Puder ist was sehr, sehr, sehr Persönliches, je nachdem, was man selber mag. Also das Q10-Puder, glaube ich, ist gar nicht schlecht. Hm, hm, hm. Es gibt aber noch was anderes und das ist das hier. Das ist das Kollagen-Powder. Auch das gab es einmal in einer Limited Edition und das mochte ich, glaube ich, ganz gerne. Ich habe es sogar noch hier. Die Verpackung hat sich nicht geändert. Das ist jetzt einfach nur im Standardsortiment. Und kommt einmal so daher mit einem rosé-goldenen Ring. Und das benutze ich jetzt einfach, um mein Gesicht so ein bisschen abzumattieren. Es riecht sehr natürlich, also es hat keine Duftstoffe mit drin. Und es mattiert auch nicht so krass wie ein anderes Puder, sondern gibt wirklich nur so einen leichten Hauch. Was man aber sieht, und das werden wir jetzt gleich machen, ist, wenn ihr die Base settet. Und alle Puder so miteinander verschmolzen sind, dann funktioniert das Ganze wirklich sehr gut. Und ich glaube, jetzt könnt ihr auch so ein bisschen den Unterschied sehen, dass das Ganze wieder ein bisschen lebhafter aussieht. Wie gesagt, also mir gefällt die Q10-Seite besser, weil es einfach viel, viel heller ist. Vielleicht kann man es mischen, wobei darauf, ja, will ich dann schon wieder nicht machen. Also Q10 war gut. Die andere Seite hat mir leider persönlich nicht so gefallen, weil sie einfach für mich zu dunkel war. Wenn ihr dunkler seid als ich, probiert das gerne mal aus und gebt mir unbedingt in den Kommentaren Bescheid. Wir haben noch was anderes, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar gibt es jetzt auch von Rivalde Loop ein Oil-Infused Blush. Der sieht einmal so aus, ist eine richtig schöne peachy Farbe. Ich würde da am liebsten gar nicht reingehen. Schaut mal, wie schön der reflektiert. Wir sind hier aber auf einem Beauty-Channel, deswegen gehen wir da jetzt rein. Das ist ein schimmernder Blush, den ich mir jetzt hier einmal so ein bisschen aufbaue. Und der hat auch nur eine ganz, 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 ganz zarte Farbe. Und der Glow kommt definitiv raus. Der soll einen zarten Goldschimmer verleihen, hochpigmentiert mit einem Ölkomplex angereicherte Textur, perfekt zum Verblenden. Also diese Oil-Infused-Dinger sind immer sehr, sehr schön, wenn man eine recht trockene Haut hat und trotzdem Puderprodukte benutzen möchte. Ihr seht das, es ist auf jeden Fall ein Glow mit da. Ich persönlich mag das aber super, super gerne. Das ist auch anders als der von Catrice. Der von Catrice hat mehr Farbe und weniger Glow. Das ist eher so ein richtig schöner, ja, rosy Highlighter schon fast. Passend dazu gibt es noch einen gebackenen Highlighter. Da bin ich jetzt vorsichtig, weil wir jetzt schon recht viel Glow in dem Bereich haben. Deswegen gehen wir da einmal mit rein, ein bisschen auf die Nase. Überall rüber. Und habe wieder so eine Speckstirn und ein sehr glowy Make-up. Ihr wisst, ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Der ist ein bisschen gröber. Ist, glaube ich, punktuell auf den Augen. Hier vielleicht, da können wir noch ein bisschen hin machen. Sehr, sehr schön. Was ich aber auch da sagen muss, der ist auch wieder recht dunkel. Und das finde ich persönlich mal echt gut, dass es farblich auch bei Puderprodukten jetzt ein bisschen dunkler werden kann. Es ist natürlich immer noch nicht ein Highlighter, wenn ihr sehr dunkle Haut habt, aber zumindest schon wesentlich besser als Silber. Wenn ich so ein bisschen weiter wegrutsche von euch, overall sieht es gar nicht schlecht aus. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Bronzer. Dann sieht das Ganze sehr harmonisch aus. Und ich muss sagen, es ist okay. Okay, abgesehen davon, dass mir dieser Liquid Oil Highlighter nicht so gut funktioniert, in Kombination mit der Foundation und den anderen Produkten, muss ich sagen, ist die Q10-Seite wirklich sehr, sehr schön glatt. Und es fühlt sich gut an. Und ich muss es, ich weiß gar nicht, ob ich es muss, aber ich mache es halt trotzdem immer. Wir reden hier über Produkte um die 2 Euro. 2, vielleicht 3 Euro. Das ist für den Preis phänomenal gut. Vor allen Dingen, wenn ihr auf diese natürlichen Looks steht. Ihr habt mittlerweile Inhaltsstoffe in Produkten, die ein bisschen pflegend sind. Ihr habt ein schönes Finish. Und auch dieser Blush, der kann definitiv hier mit der Natasha Denona Palette mithalten. Das ist ja auch so eine Oil-Infused Blush-Palette oder so. Sehr, sehr schöne Farben. Das Augenbrauen-Ding ist phänomenal gut. Hier bewegt sich nichts mehr. Meine Augenbrauen bewegen sich nicht mehr. Und ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Habt ihr sie vielleicht schon getestet? Dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und für die Vorschläge sind wir nun schon ganz bald hier wieder, ihr Süßen. Passt auf euch auf!